Ich habe die Rute aufgedreht, hinten in der Spur. Ich mache die Rute hier hinten. Ja, die kann man. Die mache ich auch mal weg. Das muss man in Müde machen, ganz langsam. Ja, wenn du dich jetzt siehst, dann geht doch fast eh wieder auf. Der zieht wieder drüber genau die Schnüre. Zirka zu mir, ja. Am besten die Rute reinholen, wenn die nach links drüber geht. Leck mich am Marsch, wie du gezogen hast. Ich will die Rute reinholen, Rudi. Bitte. Der geht nach links drüber. Hol deine rein. Ja. Oh, da ist er da. Das Gleis sehe ich schon. Gib mal den Käse. Machst du ja aufs Wasser, muss ich. Gib, geh bitte. Oh mein Gott. Ah, das ist ein Wasser. Oh mein Gott. Schöner. Wenn der dich jetzt zieht, geht eh eine Poste ab. Oh, Alter. Mach schön eine Bremse. Ist auch mal ein guter. Der ist gut. Und was hat es für einen Geschmack, Butter? Butter, Butter, Honig. Der ist noch längst nicht so weit. Nee, nee. Kommt aber schon dicht dran, dann kriege ich ja. So wie der uns jetzt zieht, geht eh eine Poste ab. Ach, das ist also ein Boot, Alter. Komm her, Bruder. Bisschen mehr zu. Warte. Warte. Neck mich mal, was für ein Apparat. Der ist noch nicht müde. Oh wei, oh wei, was für ein Ding. Ich habe sowas schon lange nicht gesehen. Hast du schon so eine große gefangen? Nee, Graser noch gar nicht. Spiele und Schuppen. Meine Fresse. Jetzt hat er schon wieder mal Luft geschnappt. Das würde langsam mühlen. Ja, ja, sobald die Luft kriegt, das stimmt. Und, und, drüber. Ja, ich habe dich doch. Das ist doch gut. Alter, Vater. Guck mal, du bist allein und kriegst noch größere. Ach, scheiße, ich kann kaum hochheben. Hier, heb den mal. Halt mal runter, Rudi. Hier. Der hat bestimmt 30. Der hat 30. Schwein. Warte mal, vorsichtig. Vorsichtig mit dir. Papa, was ist das? Ganz rot, aber ich brauchst keine Zange. Waage? Ja, ich mach erstmal los. Papa, wo ist Waage? Das ist mal Peter aus dem Auto. Schumann, komm ich mal so raus. Das tut sich nicht so weh. Leck mich einmal. Ich brauchst meine Ätz in der Hand nehmen. Ho, das klingt irgendwie nicht. Guck mal, die Leitung ist aus. Ach, du Scheiße. Komm mal raus. Das ist cool. Halt auf, Alter, der Bund. Was sag ich dir? Hast du Foto bereit, alles dabei, Peter? Foto bereit hast du? Foto hast du. Also ich brauch nicht wiegen Beißschwund, oder? Ja, ich wiegen Durste. Ich muss es einfach mal machen. Cool, sag ich. So, mein erster Graser. Ich hab aber nur die kleine Waage mit bisschen Graser. Ich hab was, hab's dabei. Mach mal ein Foto, Peter. Mach mal ein Foto. Hose? Mach mal ein Foto. Nee, jetzt kann man aber noch. Das lehnt, das geht wieder. 5,3 hast du? Ja. Boah. Was hat er? Meter, ganz genau. Da ist ein bisschen mehr drin. Meter und vier. Meter vier. So, ich geh rennen. Kannst du filmen, Marcel. Gerade, Peter, gibst du mir an. Genau. Ach, du Scheiße. Hast du den Femse? Ja. Ah. Alles filmen. Alles filmen. Ja, da brauchen wir ihn jetzt. Ja, da musst du dich beruhigen. Und abgefuckt. Wirklichste. Aus. Das ist ein bisschen mehr. Dann ist er, das ist riesig. Vielen Dank.